Die Morgen, mein Russi, Spaß und Pauli Die Nolle breit aus Mannheim, die wir Denn wenn wir wieder einander sehen Da wir so wahnsinnig durchlaufen Da 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 Oh, 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 oh Ich heiße Hermann Doms, bin geboren am 24.45, bin 69 Jahre alt und mir gefällt sehr gut seit Jahren in Gebelkoven. Ich bin der Josef Schäfer, bin jetzt seit ein Jahr in Gebelkoven. Ich bin bei Arbeit in Lappersdorf. Ich mache die Klappmann für Auto, für Klimaanlage, für Lüftung. Lebenshilfe ist ein Lebenswert, weil es eine große Familie ist. Leute kennenzulernen, das ist halt immer wieder interessant und spannend. Ich arbeite hier gerne in Lappersdorf, was mir Spaß macht, weil ich hier Freunde habe und ganz noch hocken kann und arbeiten kann. Wir machen keinen Spaß, dass jeder Maschine bedingt. Ich bin sehr stolz, dass ich hier arbeiten darf. Ich finde es schön, dass ich hier in der Berlin-Sölfe, weil es da die besten Lieberkasse immer gibt. Lebensmittel! Lebensmittel! Learn mit Doms Untertitelung des ZDF, 2020